Als nächstes wollen wir zeigen, dass die Runge-Kutter-Verfahren für das Modellproblem von Dahlquist eine besonders einfache Form haben. Und den entsprechenden Satz, den habe ich Ihnen hier schon mal formuliert und beweisen möchte ich den wieder live. Mal gucken, ob dies mal funktioniert. Okay, das ist Satz und Definition. Seit vier also ein Runge-Kutter-Verfahren. Und ich behaupte, dann gibt es, wenn man dieses Runge-Kutter-Verfahren auf das Modellproblem von Dahlquist anwendet, dann gibt es eine Funktion R, sodass yk plus 1 gleich R von Lambda h mal yk ist. Und dieser Funktion R können wir natürlich dann sofort ansehen, ob die Folge, die erzeugt wird, monoton fallend ist oder nicht. Wenn dann das R von Lambda mal h im Betrag kleiner ist als 1, dann ist auch der Betrag der yk monoton fallend. Das heißt, das ist für uns die günstige Situation. Und deshalb definieren wir die Menge aller z. Für die gilt, dass der Betrag von R von z kleiner als 1 ist, als das Stabilitätsgebiet von phi. Und ja, es ist klar, wenn das R von z kleiner als 1 ist, genau das ist das Gebiet, das uns interessiert. Das ist jetzt noch nicht so spannend, aber falls phi ein explizites Verfahren ist, dann behaupte ich, phi r ist ein Polynom. Und falls phi ein implizites Verfahren ist, dann ist r ein rationales Polynom. Lassen Sie uns ganz kurz checken, ob das mit dem übereinstimmt, was wir vorhin ausgerechnet haben. Beim Euler-Verfahren, das ist ein explizites Verfahren. Da haben wir gezeigt, dass yk plus 1 ist gleich yk mal 1 plus h mal Lambda. Also tatsächlich yk plus 1 ist ein Polynom mal yk. Explizites Verfahren. Das, was wir erwarten. Beim impliziten Euler, ein implizites Verfahren. Da haben wir gezeigt, dass yk plus 1 ist yk mal 1 durch 1 minus h mal Lambda. Und 1 durch 1 minus h mal Lambda ist natürlich ein rationales Polynom in h mal Lambda. Und ja, das heißt also für zumindest mal für diese beiden Verfahren, die wir uns gerade angeschaut haben, scheint das zu stimmen. Ja, und noch ein ganz kleines Korolla. Wir haben uns ja schon angeschaut, wann ein Verfahren A stabil ist. Nämlich dann, wenn für die ganze linke Halbebene, also wenn Lambda mal h irgendwo in der linken Halbebene liegt, dass dann die Funktion, der Betrag der Näherungen monoton fallend ist. Und das ist hier natürlich genau dann der Fall, wenn die linke Halbebene komplett im Stabilitätsgebiet liegt. Das heißt also, sobald ich dieses Stabilitätsgebiet habe, kann ich auch sofort sagen, ob das Verfahren A stabil ist. Okay, wir wollen das für ein beliebiges Runge-Kutta-Verfahren zeigen. Darum habe ich Ihnen hier die Definition der Runge-Kutta-Verfahren auch schon mal aufgeschrieben. Wie war das nochmal? Das war das yk plus 1, lässt sich schreiben als yk plus h mal Summe j gleich 1 bis m, Gamma j mal fj für ein m-stufiges Runge-Kutta-Verfahren. Und das hier ist natürlich unsere Verfahrensfunktion phi. Das ist das, was wir immer als Verfahrensfunktion bezeichnet haben bei den Einschritt-Verfahren. Und diese fj, die haben sich berechnet als f von tk plus alpha j mal h und yk plus h mal Summe l gleich 1 bis m beta jl mal fl. Das ist einfach die Definition der Runge-Kutta-Verfahren nochmal hingeschrieben. Und wenn das ein explizites Verfahren ist, dann heißt das, dass bei der Berechnung von f2 nur das f1 auftritt, dass bei der Berechnung von f3 nur das f1 und f2 auftritt und so weiter. Oder mit anderen Worten, dass beta jl gleich 0 ist für l größer gleich j. Wenn es ein implizites Verfahren ist, dann haben wir diese Voraussetzung nicht. Und das können tatsächlich ein beliebiges, äh, 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 das können beliebige Werte sein, die hier stehen. Okay, okay, und natürlich sind diese Gamma, Alpha j, Beta jl und Gamma j, natürlich sind die vorgegeben, die definieren unser Runge-Kutta-Verfahren. Okay, gut, äh, wir wollen das Ganze vektoriell betrachten und, äh, deshalb füge ich mal schnell ein paar Vektoren ein. Nämlich erstmal den Vektor Gamma und, äh, der soll sich einfach zusammensetzen aus Gamma 1 bis Gamma m. Ähm, dann den Vektor f und der soll sich zusammensetzen aus f1 bis fm. Und, äh, dann möchte ich noch betrachten die Matrix b und die soll sich zusammensetzen aus den Beta jl. Und, äh, da mache ich hier schon mal die Bemerkung, falls das Verfahren implizit ist, äh, falls das Verfahren explizit ist. Dann ist Beta jl gleich 0 für l größer gleich j oder mit anderen Worten b ist, äh, eine linke untere Dreiecksmatrix. Und, ähm, sogar mit Nullen auf der Hauptdiagonalen. Okay, gut, ähm, schauen wir uns das an, ähm, warum bringt uns das eventuell was? Naja, zumindest haben wir mal eine Sache können wir ein bisschen vereinfachen. Das yk plus 1 ist yk plus h mal die Summe j gleich 1 bis m Gamma j mal fj. Und das können wir jetzt schreiben als Gamma transponiert mal f. Okay, na, gut. Ähm, das, äh, fj, ähm, das lasse ich jetzt noch für den Augenblick stehen. Das, äh, fj können wir schreiben als f von tk plus Alpha j mal h und so weiter. Ich setze jetzt das f ein aus dem Modellproblem von Dahlquist. Da fällt vorne die erste Koordinate weg. Und alles, was überbleibt, ist Lambda mal das zweite Argument. Das heißt also, fj ist gleich Lambda mal yk plus h mal Summe l gleich 1 bis m Beta jl mal fl. Okay, und Sie sehen natürlich sofort, äh, die Summe l gleich 1 bis m Beta jl mal fl. Das ist nichts anderes als b mal f in der j-Komponente. Okay, ähm, mit anderen Worten, wenn ich das jetzt über alle fs hinschreibe, dann haben wir die Gleichung, dass f ist gleich Lambda mal yk mal den Vektor 1, 1, 1 plus b mal f. So, und, äh, ja, und wenn Sie das jetzt einfach, wenn Sie davon einfach die j-Komponente nehmen, dann ist das genau dasselbe wie das, was da oben drüber steht. Oh, nee, Moment, oh, stimmt nicht. Ähm, wenn ich hier die j-Komponente nehme, sorry, wenn ich hier die j-Komponente nehme, da oben steht ja noch ein Lambda mal h, und das habe ich hier unten vergessen, also muss ich das hier vorne noch multiplizieren mit Lambda mal h. Okay, ähm, das f würden wir gerne ausrechnen, also bringen wir das Lambda hb auf die linke Seite und wir stellen fest, dass i-Lambda hb mal f ist gleich Lambda mal yk mal den Vektor 1, 1, 1, 1. Okay, gut, ähm, wir wollen das f haben, also schreiben wir das am einfachsten mal hin, vielleicht brauchen wir das gar nicht, ja, vielleicht brauchen wir das doch. f ist gleich Lambda mal yk mal i minus Lambda hb hoch minus 1 mal diesen Vektor, der aus lauter Einsen besteht. Okay, ähm, schauen wir uns das hier hinten mal an, dann können wir nämlich schon sehen, wo der Unterschied zwischen expliziten und impliziten Verfahren besteht. Nun, das ist die, was da steht, ist die Lösung des Gleichungssystems i-Lambda hb mal f gleich 1, 1, 1, 1, 1. Die können wir ausrechnen mithilfe der karmischen Regel. Was müssen wir tun für die karmische Regel? Naja, wir müssen erst mal die Determinante von i-Lambda hb ausrechnen. Und, äh, ja, dann oben, ähm, und wenn wir das, das, äh, Karte, äh, die, die, ähm, Karte Komponente der Lösung ausrechnen wollen, dann ist das sowas wie die Determinante von i-Lambda hb, ja, und da wurde die Karte Spalte, wird dabei dann ersetzt durch die rechte Seite, wird also ersetzt durch dies 1, 1, 1, 1. Es kommt gar nicht hier so wahnsinnig drauf an, mir kommt es nur auf die Struktur an. Und die Struktur heißt, naja, unten haben wir stehen die Determinante von i-Lambda hb. Die Determinante ist ein Polynom. Ähm, i ist, äh, konstant, b ist konstant, ja, das ist die, setzt sich zusammen aus den Koeffizienten des, äh, Rohn-Gutda-Verfahrens. Das heißt, die einzige Variable da unten ist das Lambda h, okay, aber ein Determinante ist ein Polynom. Das heißt, das hier unten ist ein Polynom in Lambda mal h. Wie sieht es oben aus? Naja, also, äh, oben habe ich genau dasselbe, ja, also da ist auch, ähm, dieses i-Lambda hb. Die Karte Spalte habe ich zwar mit Einsen ausgefüllt, aber nach wie vor ist das natürlich ein Polynom. Alles ist konstant, außer dem Lambda h. Also ist das hier tatsächlich ein Polynom in Lambda h. Das heißt also, was wir hier stehen haben insgesamt, das ist in jedem Fall ein, äh, in jeder Komponente ein rationales Polynom. Okay, das ist schon mal nicht schlecht. Ähm, jetzt haben wir einen Unterschied gehabt zwischen explizit und implizit. Was passiert denn bei explizit? Na ja, wenn das Ganze explizit ist, dann ist b eine linke untere Dreiecksmatrix mit Nullen auf der Hauptdiagonal. Das heißt also, i-Lambda h mal b, das ist eine linke untere Dreiecksmatrix mit Einsen auf der Hauptdiagonal. Von der haben wir die Determinante schon häufig genug ausgerechnet. Diese Determinante ist nämlich 1. Das heißt also, bei expliziten Verfahren ist der Nenner gleich 1. Okay, das heißt, das Einzige, was überbleibt, ist oben, was im Zähler steht, und das ist ein Polynom in Lambda h. Okay, das heißt also, dieses f, dieser Vektor f, besteht in jeder Komponente aus einem Polynom, aus einem rationalen Polynom, und Spezialfall für explizite Verfahren ist sogar der Nenner 1. Das heißt also, da sind es tatsächlich nur Polynome, da besteht das f nur aus Polynomen. Und das Ganze wird natürlich nochmal multipliziert hier vorne mit Lambda mal, das habe ich da Lambda k geschrieben, das ist natürlich ein Lambda mal yk. Okay, jetzt müssen wir das Ganze nur noch zusammensetzen. Das heißt, wir müssen das f, das wir gerade ausgerechnet haben, jetzt einsetzen in unser Verfahren. Ja, und das hatten wir schon ein bisschen vereinfacht. Wir hatten gesagt, yk plus 1 ist yk plus h mal Gamma transponiert mal f. Also yk plus 1. Ups, hier ist doch wieder schwarz. yk plus 1 ist gleich yk plus h mal Gamma transponiert mal f. Ja, unser f hatten wir jetzt hier ausgerechnet. Das heißt, das ist yk, das klammere ich mal gleich aus, das ist ein 1 plus h mal Lambda mal, naja, dieses, ich schreibe es mal, h mal Lambda mal Gamma transponiert mal, ich schreibe es nochmal hier hin, so wie es da oben steht, i minus Lambda hb hoch minus 1 mal dieses 1, 1, 1, 1. Und wir wissen schon, das, was da hinten steht, ist ein Vektor aus rationalen Polynomen. Okay, gut, das heißt also, dass hier dieses Gamma transponiert mal Gamma transponiert mal diesen Vektor aus rationalen Polynomen, das gibt wieder ein rationales Polynomen in Lambda mal h, multipliziert mit Lambda mal h, bleibt ein rationales Polynom, noch eins dazu gezählt, bleibt immer noch ein rationales Polynom. Das heißt also tatsächlich, dass yk plus 1 ist gleich yk mal, naja, das hier vorne, das mache ich mal im grünen, mal diese Funktion und von der haben wir gerade gesehen, das ist erstmal ein Polynom in Lambda mal h und das ist tatsächlich, es ist eine Funktion in Lambda mal h und es ist tatsächlich ein rationales Polynom. Und natürlich im Spezialfall, dass phi ein explizites Verfahren ist, dann ist der Nenner im rationalen Polynom 1 und in dem Fall ist tatsächlich r von a ein Polynom. Ja, und ich glaube, das war alles, was wir zeigen wollten. Das war alles, was we Síl-W FX für Deutschland.